Die akute Appendizitis, die Blinddarmentzündung, die Entzündung des Blinddarms oder der entzündete Blinddarm, ist die Entzündung der Appendix oder Appendixvermiformis des Wurmfortsatzes oder für Patienten die Entzündung des Wurmfortsatzes des Dickdarms. Ursachen sind die Verlegung oder Obstruktion der Appendix, z.B. durch einen Koprolit oder Kotstein, durch Stuhl oder Fremdkörper, wie z.B. einen Kirschkern oder eine Erdnuss. Hierdurch kommt es zu einer Obstruktion der Appendix, wie gesagt, und dies kann bis zu einer Perforation führen. Der typische Verlauf bei der Symptomatik ist in zwei Phasen. Zuerst initial der viszerale Schmerz, der von der Appendix ausgeht, schlecht lokalisierbar ist, sich epigastrisch oder periumbilikal befinden kann, dumpf in der Qualität, mit kolikartigem Verlauf. Später oder im Verlauf dann eher ein somatischer Schmerz, der vom Peritoneum parietale ausgeht, der gut lokalisierbar ist. Und diese Verlagerung des Schmerzes in den rechten Unterbauch nennt man dann Schmerzwanderung. Die Qualität des Schmerzes ist dann eher stechend, brennend. Der Schmerz ist dann kontinuierlich und nicht mehr wellenförmig, kolikartig. Mögliche Begleitsymptome sind Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Wind- und Stuhlverhalt. Bei der Diagnostik ist am wichtigsten die körperliche Untersuchung, natürlich mit Fokus auf die allgemeine Untersuchung des Abdomens. Wichtig hier die Abwehrspannung und die klinischen Appendizitis-Zeichen. Abwehrspannung deutet eher auf eine Peritonitis hin. Wenn diese sehr lokalisiert ist, dann eher eine lokale Irritation des Peritoneums. Dies ist aber eher Kenntnisprüfungswissen. Essentiell sind allerdings die klinischen Appendizitis-Zeichen, diese zu kennen und zwar genau zu kennen. Erstes ist Schmerz oder Druckschmerz am McBurney-Punkt. Der McBurney-Punkt befindet sich auf der Linie zwischen rechter Spina Iliaca anterior superior und Umbilicus zwischen dem lateralen und mittleren Drittel. Zweites Schmerzen oder Druckschmerz am Lanzpunkt. Der Lanzpunkt befindet sich auf der Linie zwischen den beiden Spina Iliacae anterioris superiores, also die Pluralvariante, zwischen dem rechten und mittleren Drittel. Das Psoas-Zeichen wird so getestet. Der Patient ist in Rückenlage und hebt das rechte Bein gestreckt gegen den Widerstand der Hand des Untersuchers an. Das Psoas-Zeichen ist positiv, wenn dies einen Schmerz im rechten Unterbauch auslöst. Der Loslass-Schmerz ist positiv, wenn Schmerzen im rechten Unterbauch beim plötzlichen Loslassen der Hände nach tiefer Palpation im rechten Unterbauch auftreten. Das Blumberg-Zeichen ist der kontralaterale Loslass-Schmerz. Man palpiert tief im linken Unterbauch und lässt dann die Hände plötzlich los. Das Blumberg-Zeichen ist positiv, wenn dies einen Schmerz im rechten, also nicht im linken, sondern im rechten Unterbauch, also gegenüber, auslöst. Der Douglas-Schmerz ist positiv, wenn die rektale oder vaginale Palpation, je nachdem bei Männern und Frauen, einen Schmerz im rechten Unterbauch auslöst. Bei Männern gibt es anatomisch keinen Douglas-Raum, sondern den sogenannten Prust-Raum. Das Rovzing-Zeichen ist das Ausstreichen des Kolons in Gegenrichtung. Das führt dann zu einer Druckerhöhung im Zerkum. Ausstreichen bedeutet hier tiefes Palpieren des Kolons von links unten nach links oben, dann nach rechts oben, also quer-transversal, dann nach rechts unten. Wenn dies einen Schmerz im rechten Unterbauch auslöst, etwa im Bereich des Zerkums, dann ist das Rovzing-Zeichen positiv. Es muss heißen, etwa im Bereich, nicht etwas. Das ist ein Fehler. Nun, immer muss die Messung der Temperatur erfolgen und gegebenenfalls digital-rektale Untersuchung. Im Labor immer auch eine orientierende Urinanalyse. Bei der Bildgebung erste Wahl natürlich Sonoabdomen. Hier ein wichtiger Befund, die Kokarde oder das sogenannte Kokarden-Phänomen. In der Abdomen-Sonografie lassen sich auch wichtige Differentialdiagnosen ausschließen oder bestätigen. Eine Echolecystitis, Morbus Crohn, die Vertikulitis, die sogenannte Linksappendizitis, eine Adnexitis, Gastroenteritis und andere. Auch eine stilgedrehte Ovarialzyste lässt sich mittels Doppler-Sonografie nachweisen. Gegebenenfalls kann eine CT oder eine MRT bei bestimmten Fragestellungen und Differentialdiagnosen, zum Beispiel bei Kolonkarzinom, indiziert sein. Wichtige Differentialdiagnosen, die mit der Diagnostik gesucht werden können, sind Gastroenteritis, rechtzeitiges Kolonkarzinom, Morbus Crohn und Adnexitis. Noch einige Differentialdiagnosen, an die man denken muss. Harnwegsinfektion, Pyelonephritis, Zystitis, Urolithiasis, Adnexitis, Mittelschmerz, also Ovulationsschmerz, eine stilgedrehte Ovarialzyste, eine Extrauteriengravidität, eine Divertikulitis, eine Cholecystitis, der Morbus Crohn, ein rechtzeitiges Kolonkarzinom, eine Pankreatitis und zahlreiche andere. Grundsätzlich ist die Appendektomie und hier die labaroskopische Appendektomie der Standard bei Erwachsenen. Wichtige Begriffe zu diesem Verfahren sind hier die kleinen Hautschnitte, die allgemeinen Anästhesie, das Pneumoperitoneum, das Einführen der Kamera oder Optik und den anderen Instrumenten über Druckkare, das Freilegen oder Präparieren der Appendix und am Ende die Entfernung der Appendix für die histologische Untersuchung. All dies, Kenntnisprüfungsniveau. Wichtigste Komplikation ist die Perforation. Hier vor allem wichtig die Peritonitis mit Sepsisgefahr, das auch als klinisches Zeichen ein Hinweis auf eine Perforation. Der Rest ist Kenntnisprüfungsniveau.